Ja, wo ist ein scheiße Hörnchen? Ist schon wieder da und biegt jetzt nach rechts ab. Wie immer. Ui, es hat mich bestimmt gehört. Du hast mich gehört, Herr. Du hast gedacht, nee, ich mach's jetzt immer anders drum. Ja, fein. Ist ja auch mal interessant. Eine riesen Nuss wieder. Ja, wie vorhin gesagt, Sahara-Staub ist unterwegs und der ist super. Da sind zu viele Elemente drin. Ohne die wäre der Amazonas gar nicht möglich, weil das gibt's dort alles nicht. Und jetzt durch die Windbewegungen, die sich geändert haben, kommt er nicht mehr hin. Das ist fatal.